Wir freuen uns sehr, dass Sie alle gekommen sind. Heute wollen wir Euch zeigen, was wir in den letzten Stunden gelernt haben. Wir haben Schwier- und Wechte mitgekauft. Es sind auch ein paar neue Kinder in die Einladunggruppe eingestiegen, die es erst noch lernen müssen, mit dem Einladung zu fahren. Viel Spaß! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja! Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.